Dann würde ich sagen, da ist ein Riesenblatt, guck dir mal dieses Riesenblatt an. Das Blatt ist größer als Brösel. Willst du das haben da? Nimm's dir. Ziemlich zudecken. Hallo und herzlich willkommen hier auf Thema Füße und Freitkanal. Das ist die Sarah. Mein Name ist Can, wahrscheinlich unscharf. Ihr müsst bestimmt pränkeln. Ja, wollt ihr alle rein? Dann geht mal zur Seite, damit ihr nicht platt gemacht werdet. Komm mal hier hin. Semmel? Semmel auf den Kopf weg. Nein, du gehst jetzt bestimmt gleich wieder rein. Das soll nicht. Aber du musst pinkeln. Und manchmal kann ich. Die stehen alle. Und jetzt, der rein darf, darf rein. Und der nicht, darf weiter hier draußen bleiben und essen. Oh, sollt ernsthaft? Du gehst rein? Es fällt ja Massendrang hier. Schmeck mal hier. Pranine macht's richtig, die bleibt draußen und frisst weiter. Aber die wissen ja, dass es draußen was gibt. Die kommen bestimmt gleich wieder. Petifour, bleib hier. Geh nicht. Nimm essen. Hier ist ganz lecker. Es ist ganz lecker. Bedien dich, Petifour. Und draußen, irgendwie reißt jemand ab. Und hallo. Und das haben wir letztes Mal bekommen. Das haben wir da vorbekommen. Vielen, vielen Dank. Kannst dich nicht entscheiden, ob du da rein oder raus willst. Er weiß es immer nicht. Und wir haben wieder was bekommen von unserer Amazon Wishlist. Und das zeigst du jetzt bitte einmal. Genau. Ja, falls ihr uns irgendwas zukommen lassen wollt, guckt einfach in die Videobeschreibung. Ihr müsst das nicht tun, aber wenn, dann bedanken wir uns natürlich mit diesem Video dafür, weil sonst fänden wir das unfair. Da stand hier eigentlich auch was bei... Ah ja, da stand... Ja, der Name stand drauf. Auf der Rechnung. Ah, das sind Wäschesäcke. So, das sind Wäschesäcke. Die packen wir jetzt nicht aus. Du erklärst einmal, was das ist. Okay. Und warum das gut bei Fleece-Haltung ist. Auf die wäre jetzt ja komplett gegangen. Ne, ernsthaft Größe. Dann mach kurz ruhig. Ernsthaft? Jetzt ist sie freiwillig zu ihm. Gib mir Aufmerksamkeit. Nein. Gibt keine Aufmerksamkeit. Was los willst du rein? Nein. Gut, Selbstschuld. Jetzt geht er weg. Ich will ihn nicht platt machen. Wannoh. Geh. Es ist nicht so schlau. Ich kann auch nicht mit zwei Händen. Geh weg, Brösel. Brösel. Hintern weg. So. Was hast du da? Und was ist daran so toll? Also durch die Fleece-Haltung, die ganzen Fleece-Decken und die Pipi-Pads, die muss ich ja wechseln und dann einmal auch waschen. Und damit die Waschmaschine, nämlich nicht die ganzen Haare und die Reste von dem Streu und Futter und alles, was noch auf den Fleece-Decken oder Pipi-Pads hängt, dass sich alles dann irgendwie in die Waschmaschine verstopft oder ähnliches, haben wir hier Wäschesäcke. Ach so, das ist doch ausgepackt. Ja. Das ist ja toll. Ich dachte, das kann man dann besser zeigen. Ja. Nice. Ja. Und nämlich da hat mich... Im Hintergrund ist Semmel da hinten reingegangen. Nämlich eine Zuschauerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, warum ich nicht die Wäschesäcke benutze. Oh. Ja. Und dann habe ich die doch mal einpackend schon direkt gekauft. Und das hier ist jetzt das zweite Packen, die wir jetzt von der Judith bekommen haben. Danke. Hier habt ihr noch Essen. Gut, Nunger. Könnt ihr drinnen essen. Boah, da kommen sie auch wieder angelaufen. Weißt du, ich will nicht nach draußen. Ich will unbedingt drinnen essen. Erzähl noch weiter. Wäschesäcke halten den Stuff raus. Ja, kommt hier eigentlich nur rein. Ja. Machst du zu. Und die Waschmaschine bleibt sauber. Boah, mein Blum. Ja gut, dann vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, super vielen Dank. Ich habe mich echt schon gemerkt, zwei sind zu viel. Zwei sind zu wenig. Okay. Und wenn ihr jetzt noch mehr unterhalten werden wollt, dann guckt doch einfach auf meinem Twitch vorbei. Denn die Sarah und ich basteln ganz viel Lego Minecraft zusammen. Und das wird einige Stunden und Tage dauern. Also, erster Link in der Videobeschreibung. Und falls ihr euch fragt, wie viele mehr Schmeinchen wir haben, habt ihr jetzt gerade alle auf einem Bild gesehen. Plus Semmel. Ja, plus Semmel. Der war gerade eben noch drauf, aber da musstest du deine Hand ja rein strecken. Der, das bin gar nicht ich. Schieb's nicht auf mich. Okay, dann bis dann. Und? Tschüss. Tschüss. Oh, wir haben unseren Leitspruch nicht gesagt. Man hört den Stürz, ich reich war schneller. Wie die Sackfalte-Semmel jetzt einfach nicht auf das Bild kommt. Meine Tomate. Also, wir haben unseren Leitspruch nicht auf die Sackfalte-Semmel jetzt einfach nicht auf die Sackfalte-Semmel. Und dann bis dann auf die Sackfalte-Semmel jetzt einfach nicht auf die Sackfalte. Und dann bis dann auf die Sackfalte-Semmel jetzt einfach nicht auf die Sackfalte-Semmel jetzt einfach nicht auf die Sackfalte-Semmel.